Hallo YouTube, willkommen zurück, Chat ist schon da, alle warten nur noch auf euch YouTube. Ihr kommt ein bisschen zu spät, was ist da los? Das muss ich jetzt einfach mal sagen, ihr seid ein bisschen zu spät zu dieser Folge, aber so Ich geh mal ganz kurz, ich, ich, wir haben immer noch sehr viel Flachs in der Tasche. So, Kirasiro, Dankeschön, vielen Dank. Wir haben immer noch sehr viel Flachs in der Hose und deswegen, oh Gott, muss ich mich mal ganz kurz eben Zur Spindel müssen wir. Zur Spindel. Bevor wir schlafen gehen können, das ist glaube ich der falsche Weg. Oh Gott, meine Taschen sind zu schwer, ne? Nix, nee, auch dir Dankeschön, vielen Dank. So, warte, 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 warte. Okay. Wo ist denn, wo ist denn die Spinnerei? Es ist alles so dunkel. Ich habe keine Fackel im Slot. Ich habe, der gestrige Gronkh hat mir auch keine Fackel hinterlassen, ne? Ne. Wir haben 400 Flachshalme und die Flachsamen habe ich erst mal abgelegt. Ähm, was machen wir mit den Flachshalmen? Da können wir ja nun was... Hier war die Schmiede, wir müssen dann da lang. Okay, warte. Sekunde. La, 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 la. So. Und Gold Kappa King, auch die Dankeschönen. Nein, bitte nicht. Nein. So, endlich, die Flachshalme. Wir haben acht Flachshalme haben wir am Start. Und jetzt würde ich sagen, wir haben... Kann man Kisten nicht mehr unendlich befüllen? Haben die das korrigiert? Man kann Kisten nicht mehr unendlich... Be-be-be-befüllen. Oh nein. Sekunde. Dies können wir bereits abhaken. Alter. Das habe ich vor Original... Ich habe das vor Original... 10 Minuten weggeklickt. Oben auf dem oberen Bildschirm. Vor 10 Minuten. Kurz vor dem Stream. Also sagen wir vor 40 Minuten. So, auf jeden Fall... Äh, ja. Das ging vorher auch schon nicht. Cool. Das ist ja sehr gut. Ähm... Spinnenräder, Leinen... Einen. Einen Leinenfaden. Ich habe aber 34 Leinenfäden, ja? Oh, ich muss dringend trinken. Oh, haben wir Durst. Oh, haben wir Durst. Oh, Mann. Da muss ich dringend trinken. Oh. Hm. Das war echt knapp. War richtig knapp. Puh, jetzt ist zum Glück besser. Jetzt erstmal noch 40 Kisten bauen. Ja. So. Toll. Dass wir den Flax abgekürzt haben. Gut, dass wir das komische Dreschen abgekürzt haben. Auf YouTube. Damit jetzt erstmal 34... Ich habe aber auch nichts zum Lesen jetzt hier. Was liegt denn hier noch rum? Jetzt erhältlich. Last of Us Part 2. Aha. Ein Sturm zieht auf. Das muss ich noch... Äh, muss ich noch zu Ende spielen, ne? Wollte ich noch sagen. Wir müssen öfter streamen. So. Es ist echt dunkel. Ja, bei euch... Oh, bei euch ist es noch dunkler als bei mir. Ich guck mal ganz... Ich nutze mal die Gelegenheit. Und schau mal eben, ob ich das nicht kurz korrigieren kann. Ne, kann ich nicht. Oh, das müsste das hier sein. Filter. Nö. Da ist nur ein Schwarz-Weiß-Filter. Warte mal kurz. Ist das das hier? Warte mal kurz. Äh, ich teste eben was. Ja. Entschuldigung. Nicht erschrecken. Ist jetzt ein bisschen heller, ne? Aber nicht wirklich sehr. Farbkorrektor 2. Der Kontrast ist so 0,03 erhöht. So, warte. Ich nehme das mal raus. Ich hoffe, das geht. Es ist nicht wirklich heller jetzt. Das macht schon viel? Okay, gut. Ja, ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass ist okay. Ihr seht zumindest... Jetzt seht ihr zumindest hier sowas. Es ist bei euch aber, glaube ich, noch dunkler als bei mir. Ich glaube nicht. So, jetzt kann ich aber wieder rumlaufen. Träumchen. Weißt du, wohin ich mal laufe? Jetzt laufe ich mal eben schnell so hier. So. Chironimo! Oh, geil. Oh. Mmh. Ein Träumchen. Lecker Schmecker. So, und dann würde ich vielleicht noch den anderen... Brauchen wir Flaxhalme für irgendwas anderes? Nee, ne? Leinfaden 24. Da habe ich noch 53 Flaxhalme. Ähm. Ich glaube, für nix, ne? Nur für Leinfaden. Wir haben da vorher auch schon Leinfaden draus gemacht. Und das mache ich mal nachts. Ich mache das weiterhin nachts. Hier, fünf Stück. Das geht halt easy. Ich glaube, das ist okay. So, wie Flusswasser trinken Diarrhoe. Das ist sauberes Bergwasser. Ein gutes Wasser muss durch einen tiefen Stein. Das wisst ihr doch. Habt ihr in der Werbung nix gelernt? Die sagt nur die Wahrheit. So. Ähm. Aus frischem Felsquellwasser gebraut. So. Flaxhalmen. Leinfaden. Leinfaden haben wir ne Menge. Und... Können wir mit dem Leinfaden schon was machen eigentlich? Leinengewebe. Gewebe. Wollstoff, Stroh... Stroh. Okay. Leinengewebe. Okay. Aus Leinfaden... Muss man Gewebe machen. Den Faden an sich können wir nicht brauchen. Oder? Schneiderei. Leder. Leinengewebe. Also wenn ich das richtig sehe... Die Frage ist... Ähm. Die Frage ist... So Klamotten herstellen und so. Für Bogen braucht man Faden. Ich stell mir ja grad die Frage, wenn ich jetzt daraus Klamotten mache oder sonst irgendwas... Lohnt sich das zum, äh... Lohnt sich das zum Verhökern? Bei Klamotten? Ich brauch mir keine Klamotten machen. Das mach ich später vielleicht. Aus Sartén. Ja? Ich trage nur Schlüpfer aus Sartén. Oder aus, äh... Aus den Seidenrauben des Sultans, wie ihr vielleicht wisst. Ich behalte die Fäden erstmal. So, die Felder sind jetzt abert fertig, ne? Ich geh nochmal kurz gucken. Achso, hier. Warte, warte, warte. Die Felder waren soweit fertig. So. Hier ist sogar schon alles gedüngt, 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 gedüngt. Ähm. Hier ist Dünger benötigt. Da wurde schon gedüngt. SF Cookie, Dankeschön! Viel Gedank! Vielen Dank. Vielen Dank Cookie, Dankeschön! So, okay. Nirgendwo macht mir Shoppen mehr Spaß, als im Gronk Shop. Oh. Vielen Dank. Grüße gehen raus an Youtube, ne? Gronk.shop. So, jedenfalls, äh, ich geh schlafen. Und ja, das wollten wir heute machen. Wir wollten heute unbedingt ein bisschen Lehm graben. Ja, das, äh, spannende Dinge gehen wieder vor sich. Wir graben Lehm. So, aber jetzt erstmal bisschen pennen geh ich nochmal. Morgen Schatz, ich geh vor dir raus. Ciao! Jetzt kriegt Simon die Tür in die Fresse, nicht immer ich. Das nennt sich Liebe. Und dann... Gehen wir nochmal schnell. Ich würde mal schnell drei, äh, dicke Suppes auf 62 Prozent. Oh Gott. Das ist nicht so lange haltbar, alles wie ich gehofft habe. So, aber die Beeren habe ich noch im Inventar, ne? Die hab ich schon abgelegt, gut. So, Fleisch mit Soße, 25 Prozent Haltbarkeit. Fuck. Das ist echt scheiße. Munix, dankeschön Munix, vielen Dank. Das ist echt kacke. Was sagt die Schaufel? Hölzene Hacke. Schaufel ist noch relativ fit, okay. Dann hol ich mal schnell Lehm. Ich weiß nicht genau, wo wir, wo wir die geilsten Lehmgruben waren. Das kann ich nicht sagen. So, und Meister Gold Kappa. Schon wieder viel Dank. Dankeschön, dankeschön. Kappa auf Twitch ist gerade Gold, weil, äh, das Emote wohl Jubiläum. Find ich irgendwie schön. Find ich irgendwie schön. So. Hat eine Spielfrau Alice schon geworfen? Eine berechtigte Frage. Ich hab noch nichts gesehen dergleichen. Und ehrlich gesagt hab ich bei ihr auch noch kein Bäuchlein gesehen. Ich bin skeptisch, ob sie uns nicht vielleicht belogen hat. Das ist ja real, auch dir nochmal viel, viel Dank. Mal wieder vielen Dank. Huch, Tonverkommen. So. Dankeschön. Drei Ton hab ich bekommen. Drei. Okay. Ist echt lame. Und zwei Ton. Zwei Ton wohnen. Kennst du vielleicht. So. So. Fünf Ton. War hier was? Hab ich grad'n... Hab ich nicht grad'n Geräusch gehört? So. 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 The Flame. Dankeschön, The Flame. Vielen Dank. Fünf Ton plus drei Ton. Okay. Haben wir doch mehr Ton bekommen, als das Spiel uns wissen lassen will. 19. Ist halt echt nicht viel, ne? Wat? Sie ist positiv. Wenn es nicht dein Kind ist, haben die Hofhunde was zum Spielen. Naja, irgendwas müssen die auch beißen, ne? Im Winter gerade. Das gute Fleisch ist für die Menschen. So. So. Also bisschen Ton ist ja noch. Das Gameplay ist echt Lehm. So. Bam. Dann läuft. Und hier auch nochmal. So. Und damit haben wir ja jetzt so viel Lehm, wie wir jemals im Game brauchen werden. Ich bin sicher, mehr wird es niemals sein. Das ist echt wenig hier, ne? Obwohl das schon einiges... Das war schon einiges an Vorkommen, glaube ich. Aber... Wahrscheinlich immer noch viel zu wenig. So. Irgendein Schwein hat hier alle Beeren gepflückt. Boah, Arschloch. Kann doch irgendwas für andere übrig lassen. Widerliches Verhalten. Sozialparasit. So. Okay. Was ist denn hier mit den Feldern? Kommt hier nochmal jemand? Ah ja. Okay. Gut. Die Frage hat sie erledigt. Wow. 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 Das läuft, ne? Hacke benötigt. Gedüngtes Feld. Soll ich da vielleicht mal... Ich mein, ich krieg da doch... Wir kriegen ja auch XP da durch. Ich... Ich helfe mal mit. Ich muss dann sagen, mach mal. Muss wieder neu einstellen, aber... So. Okay. Vielleicht brauchen wir einfach ein Problemkind. Hahahaha. Hahahaha. Oder einen... Lehmurensohn. Hahahaha. 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 Ich bin ein sehr trauriger Mensch. So. Okay. Weiter geht's. Äh. Hier. Leben am Limit. Hahahaha. So. Also hier läuft auf jeden Fall, ne? Kriegste mit. So. Ciao, bin jetzt bei GronTV. Ein Träumchen. Ich glaube, ich krieg einen Schlaganfall. Ich bin halbseitig gelähmt. Hahahaha. 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 Ich verurteile das. Ich, äh. Schlimm. Schlimm. Humor ist schlimm. So. Das ist so nicht hinlembar. Hahahaha. Das ist ein Traum. Chat ist wieder ein Traum heute. So. Okay. Le-metten Limonade. Gut. Das haben wir. Äh. Ich mach mal ganz kurz hier. Wo ist denn die? Oh, die Maus ist wieder rausgerutscht. Ich mach die. Ich lock die mal kurz. Management. Ähm. Müssen wir die Felder mal wieder machen. Und zwar fällt. Feld 2 kriegt wieder Kohl drauf. Weil ich das ja jetzt gemacht habe. Finden die das gar nicht so geil. Und müssen wir nochmal. Dann müssen wir alles nochmal neu einstellen. Das Gameplay ist sehr monoton. So, sie ist fertig. Mal gucken. Mal gucken. Ah, und sie düngt jetzt die Felder. Oh, das ist aber super. Mitten im Lehm. Ja, der 2 mitten im Lehm. Schön. So, Isabella knüpp. Dankeschön Isabella knüpp. Vielen Dank. Dankeschön Dankeschön. Und liebe Grüße auch an Männer zurück. Ne? So viel ist klar. So, Kohl werden wir auf jeden Fall. Wir werden, wir werden Kohl. Kohl werden wir. Alter Schwede. Wir begleiten, also. Kommt doch mit mir in die Kohl Ära. Ältere Leute kriegen schlagartig graue Haare. So, guck mal. Sie bringt die Sachen aus und sie. Oh, Alter. Das ist richtig Teamwork. Wow. Ich komme aus NRW. Ich kenne nur Baustellen auf der Autobahn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hier geht es ja weiter. Das irritiert mich gerade voll. Äh? Also. Ja, und ich stehe hier und schau zu. Einer muss hier Bauleiter machen, ne? Einer muss hier Bauleiter machen. So. Kohl Ära. Nein. 16 Jahre sind genug. Wusst ich es doch. Kohl Erika. Toll. Dankeschön. Vielen Dank. Melanie Dankeschön. Melanie. Vielen Dank. Kohl Erika. Das wird so bescheuert einfach. Hm. Ach ja, schön. Ihr macht das super. Ihr macht das super. Ich muss jetzt nochmal mit sieben verschiedenen Ämtern telefonieren. Ähm. Nicht, weil ich muss, sondern damit ich beschäftigt aussehe. Äh. Und dann, dann, äh. Ist ja Lachs schon gegessen. Dann bitte das fällt noch. Das ist echt ein Traum. So. Ist das nicht eine falsche Reihenfolge? Ne. Die eine düngt. Die andere hakt. Das ist schon okay. Anni. Dankeschön. Anni. Maximi. Maxima. Maxi Maxis da. Und danach werden die Samen ausgebracht. So. Aber jetzt erstmal. Ähm. Jetzt erstmal geh ich. Lehmifizieren. So. Ihr Lehminge. 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 Sieh mal eine an. So. Äh. 10,10 war das. Äh. War der Tarif. Ne. Wie viel Leben haben wir? Also Ton. Einer kam wieder in eine Kiste. Und dann hol ich 30 Stroh raus. Wow. Ja. Das soll ich jetzt immer so machen. Das war eine gute Idee. So. Okay. Und dann. Konnt man das. Ne. Kann ich nicht hier machen. Ich hab schon wieder vergessen wo das ging. Hier. Ne. In der Scheune. In der Scheune war das. Ich hab das vergessen weil das mega abstrus ist dass man das in der Scheune macht. So. Miss Crazy. Dankeschön Miss Crazy. Vielen Dank. Dankeschön. So. Ne. Warte mal. Was. Äh. Hier ist die falsche. Hier ist er. So. Let's go. Hab ich das richtig gemacht? Ja. Ne. 10.10 war das Tarif. Ich guck gleich nochmal. Da. Ich weiß nicht. In letzter Zeit gefällt mir da ein Ton nicht. Ich hatte früher gar keinen Ton. Wir. Oh Toni. Das schaffen wir nie. So. Aber jetzt. So. Hustete er. Ist ein Zeichen von prächtiger Gesundheit. Äh. Ja. Upgrade. Ne. Reparatur möchte ich nicht machen. Ich möchte aufrüsten. Und wir machen natürlich erstmal unser Häuschen. Ne. Hier. Guck mal. So. Ein Träumchen. Wichtig ist. Ich mein. Wir kriegen jetzt. Wir sind jetzt schwanger. Wir kriegen ein Kind. Das heißt. Wir müssen natürlich dafür sorgen. Dass Alice es auch schön warm hat. So. Träumchen. Okay. Käsekuchen Mike. Dankeschön. Dankeschön. Käsekuchen Mike. So. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ist schön ne. Also auch von innen. Ich muss sagen. Diese. Äh. Was? TFW. Du das Spiel nicht kennst. Du kannst Kinder hier haben. Ja. Ja. Deswegen heißt es ja Dynasty. Du musst eine Dynastie schaffen. So. Also. Gut. Der Baum schaut rein. Das ist aber Deko von innen. Das hat die Alice angebracht. Ähm. Schön. Karge Betonwände. Berliner Loft. Zahlt sich dumm und dämlich für sowas. Also. Schon gut. Okay. So. Warte. Ähm. Die Frage ist. Kriegen wir. Kriegen wir noch mehr Lehm her? Kann ich hier sehen? Den Lehm. Sehen wir nicht, ne? Weiß jemand von euch, wo ich hier Lehm, also wo ich hier richtig viel Lehm herkriege? Ist doch richtig geil viel Lehm. Leute, ich hab noch die Version von Medieval Dynasty, wo die Gartenwerkzeuge in dem Schuppen spawnen. Die kann ich jeden Tag verhökern. Ich hasse dich. Denn ich habe diesen Luxus nie gehabt. Aber ich weiß, dass das gab. Im Lebensmittellagen. Oh, diese Schmerzen. Leute. Diese Schmerzen heute. Wer ist dein Lebensherr? Okay, vielleicht. Wir können hier nur noch mit Gelähmigung raus. Achso, Gehirnlähmung. Entschuldigung. Und Happy Dome Keks. Dankeschön, Happy Dome Keks. Vielen Dank. Dankeschön. Ich versuche gerade eine ernste Antwort zu finden. Aber der ganze Chat ist besoffen heute. Ist, äh, ja. Mh. Mh. Kannst du die Karte nicht umschalten? Crafting. Ressourcen. Habe ich noch nie probiert. Leute. Quest. Alle Gebäude. Häuser. Crafting. Speicher. Ressourcen. Mine. Oh, das sind unsere Sachen. Hasenfalle. Main. Ehefrau. Kind haben wir noch keins. Ehefrau ist noch unterwegs. Einwohner. Haus. Craft. Nicht sehen nur unsere Sachen. Ich kann leider nicht sehen, wo Lehm auf der Karte ist. Ja, ja, ja. Also weiß jemand zufälligerweise... Du kannst ja mal bei Google Maps gucken. Weiß jemand zufälligerweise ungefähr, wo es vielleicht Lehm geben könnte? Mh. Von deinem Dorf aus über dem Fluss links neben dem Bach über dem Weg. Hier so? Wäre das hier? Ich guck da einfach mal. So, Charlie. Dankeschön, Charlie. Vielen, vielen Dank. Ja, eine Brücke weiter rechts, dann etwas runter. Das wäre... Ne, die wäre hier so. Aber da waren wir gerade. Da waren wir gerade. Ja, noch was mehr links vom Fluss. Okay. Also hier... Südlich von Branica ist sehr viel. Da sind wir ja gerade... Genau, da sind wir gerade unterwegs. Okay. Die Aussagen decken sich. Ich... habe Hoffnung. Das heißt nicht, dass ich es finde. Ich suche es nur, ja? Wir müssen dringend die Unterschiede abdecken. Ah, die Wiesens sind wieder unterwegs. Oh ja, der Speer wurde genervt. Scheiße. Fällt mir da gerade ein. So eine Kacke. Es gab eine Karte als extra zum Spiel, da ist es drauf. Ja, die als JPEG, aber die kann ich gerade nicht öffnen, weil ich gerade im Game bin. So. Wäre schon mal interessant zu wissen. So. Warte, 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 warte. Hier. Da ist der Floß. So. Südlich von Branica. Südlich von Branica. Da sind wir gleich. Okay. Oh, Beeren. Ah, wir brauchen einen Ton. Mist. Familie. Danke schön, Familie. Danke schön. Meine Liebe Deines, die macht wirklich viel Spaß. Ja, sag ich doch. Das sag ich doch. Das macht viel zu viel Spaß. Ich hätte gerne Handkarre, mit der ich Beeren pflücken fahre. Ich hoffe, sowas gibt es irgendwann mal noch. Ja, das ist wahrscheinlich nicht das, was ihr meint, aber das, was ich nehme. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. So. Du kannst die Stellen auch auf der Karte sehen. Da sind die braunen Flecken. Muss ich mal gucken. Weil die braunen Flecken sind auf der Karte, glaube ich, sehr winzig. So. Da, da, da. So. Hier gibt es noch mehr, ne? Ja. Immer so ein bisschen im Umkreis gucken. Und da vorne war noch mehr vorkommen, glaube ich. Die braunen Flecken sind bei mir in der Hose. Vielleicht kann ich den Leben ja da rausgraben. Also ich bin ganz ehrlich, wenn du in deiner Hose so'n Tonvorkommen hier hast, Dann habe ich... Gut, neben ein bisschen Ekel habe ich nichts als Respekt. Nichts als Respekt dafür übrig. So. Oh! Undifind! Die Undifinds. Ja, das, äh, demnächst. So. Ähm. So, hier nix, aber weiter nördlich war, glaube ich, noch ein bisschen was. Warte mal. Ich glaube, da habe ich vorhin ein paar Flecken gesehen. Ja, wenn man das mit Stroh vermischt, baue ich daraus keine Wände. Sondern damit isoliere ich die Wände. Ach, sind zwei Füchse. Guter Zeitpunkt, die Speere zu testen, ne? Und noch ein Wildschwein da vorne. So, da vorne sind noch mehr Lehmvorräte. Warte, warte. Boah, darauf erst mal, darauf erst mal ein Lehmadjun. Oh, nice. So. Gronkh, hast die Alt-Taste. Aber Lehmvorkommen wäre noch mit der Alt-Taste nicht angezeigt. Allmann 225. Oder was meinst du genau? Hm? Ich frag nur mal. Ich, ich frag einfach mal. Hm? Was genau wolltest du mir damit sagen? Ein sehr hilfreicher Tipp. So, warte. Okay, dann müssen wir auch noch mit. Boah, da ist aber was ich fühle. Das ist nice. Oh, oh. Ist nicht das Wildschwein. Okay. So. Nein! 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 Schaufel, schau... Oh, ich kann die Schaufel hier nicht machen, ne? Schaufel ist das einzige, was ich zu Hause machen kann. Und es lohnt sich gar nicht mehr wieder zu kommen. So viel Leben ist jetzt hier nicht mehr übrig. Äh... 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 Ähm... Hm... So... Angeleben. So... Wir müssen gerade nicht zum Steinbruch, ne? Ich würde gern... Stimmt, wir wollten jemanden anlernen zum Steinbruch. Wenn wir schon mal hier sind... Lass mal kurz gucken. Äh... In Baranica war niemand. In Branica vielleicht? Wollen wir das mal machen? Warte, warte. Wir wollten doch noch, äh... Kann man im Spiel auch sterben? Ja, unbedingt sogar. Deswegen muss man ja Kinder in die Welt setzen, damit man nicht ausstirbt, quasi. Okay, wenn ich jetzt eh in die Stadt gehe, pass auf. Solange Heidelbärchen noch da ist, schnapp ich mir wieder... ihre nächsten Anverwandten. Die sind aber auch umtriebig, guck dir das mal an. So... Erstens haben alle in der Familie offenbar einen Busch. Und zweitens... hängt er... mit Sachen voll. Was? Was? Ja! Überleben! Überleben! So... Oh, Stock! Hab also den Stock mitgenommen. So... Äh? Schon wieder einen Stock. Ich nehm dauerne Stöcke mit. Ich weiß nicht warum. So... Skaksoff! Dankeschön Skaksoff! Vielen Dank! Du geile Sau! Ähm... Beere, Beere... Beere, Beere... Oh, ich sollte weniger auf den Chat gucken, mehr auf die Beeren. Ich weiß, es ist mega unspannend. Aber einer muss es ja tun, ne? So... Sonst fallen die Beeren vom Busch... Und dann ist das Umweltverschmutzung, weil da alte Beeren auf dem Boden und sowas... Ihr wisst ja, wer das ist, ne? Die müssen schön recycelt werden, alle in die grüne Tonne. So... Das ist leider nicht umweltverträglich hier alles. Das muss alles weg. Deswegen baut man halt überall auch Parkplätze hin. Damit sowas nicht passiert. So... Noch mehr Beeren... 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 Haben wir gleich. Oh, ich bin jetzt schon überladen. Shit. Aber egal, wir gehen dann gleich in die nächste Stadt und dann werden wir es los. Ich hab gehofft, wir schaffen es ohne, aber naja. Okay, ganz kurz... Ähm... Wir müssen... Einmal kurz... Ja, bei Ranika war nix, wir gehen nach Branika, ne? Ja... 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 Ja...